Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Engineside. Heute geht es natürlich um Alarme, die habe ich euch ja schon mehrfach jetzt angekündigt und genau die wollen wir uns heute angucken. Ihr könnt quasi für alles Alarme erstellen, ja? Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Alarm haben, ey, die CPU wird gerade zu hart benutzt und alle sollen benachrichtigt werden, die irgendwie damit zu tun haben. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, denn, ja, sagen wir es mal so, meine Zeit ist mir wahrscheinlich zu schade und euch geht es wahrscheinlich ähnlich und ich möchte nicht die ganze Zeit bei Engineside so auf das Dashboard gucken, passiert gerade irgendwas, aktualisieren, passiert irgendwas und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Das kann man sich definitiv sparen, deswegen möchte ich natürlich hier eine Benachrichtigung haben und das am besten so problemlos wie möglich. Das heißt, ich möchte meine Arbeit machen und falls irgendwas passiert, will ich sofort benachrichtigt werden, oh, hey, jetzt musst du reingucken und dann lasse ich natürlich alles stehen und liegen, weil dann haben wir einen Vorfall und, ja, dann kümmern wir uns da drum. Und genau so kann man das hier einstellen. Das heißt, es gibt natürlich auch noch Webhooks, da kommen wir wann anders drauf, aber ihr könnt Alarme erstellen zum Beispiel. Ähm, ja, sagen wir es mal so, in dem Fall brauchen wir das hier nicht, denn es gibt ja die tollen Quick-Alarm-Funktionen. Und da gehen wir einmal ganz kurz auf unsere Host. Ihr seht, meine Visual Box läuft auch schon wieder und hier sehen wir auch schon, ich habe mal wieder nicht geupdatet und die V-Box ist schon wieder ein bisschen, ähm, länger nicht hochgefahren worden, aber nun gut. Und gehen wir hier einfach mal drauf und wir sehen, wir können für alles Mögliche Quick-Alarm einrichten. Das heißt, wir können hier für wie stark ist die Festplatte gerade am Schreiben, beziehungsweise welcher Teil meiner Festplatte schreibt, wie stark gerade. Ähm, wie ist denn mein Swap ausgelastet? Ich kann mich hier unter Metriken zu allem einen Quick-Alarm einrichten und genauso geht es natürlich bei den Endpunkten und bei den Observations natürlich genauso. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ein Gerät ist nicht erreichbar von meinem Observer aus. Ein, ähm, ein anderer oder eine, eine Schwachstelle, beziehungsweise eine Empfehlung von meiner Webseiten-Konfiguration ist kaputt. Deswegen kann ich da einfach permanent sagen, ey, da muss irgendwas als Alarm eingerichtet werden. Und ja, das frisst Zeit, aber der tolle Punkt ist, es frisst nur einmal Zeit. Das heißt, wenn ihr die Alarme einmal eingerichtet habt, dann bleiben die natürlich. Und ich gehe jetzt natürlich hierher und sagen wir einfach mal, wir machen hier einen Netzwerk-Alarm. Das heißt, wir kriegen vielleicht zu viel Traffic einfach rein, weil irgendjemand zum Beispiel auf meinen Server, in dem Fall meine Virtual Box, ähm, zu viel Traffic rein schickt. Okay? Und das bedeutet, in unserem Fall der Netzwerk-Verkehr pro Sekunde. Hier kann ich natürlich auswählen, was ich haben möchte. Das heißt, ähm, ich kann sagen, der Dienst, ein Dienst wird ausgeführt oder er wird nicht ausgeführt, ein Prozess wird ausgeführt, nicht ausgeführt und so weiter und so fort. Festplatten sind verfügbar, Anmeldeversuche kann ich mir als Alarm erstellen. Generell ein ungewöhnliches Verhalten oder einfach nur die CPU-Auslastung, äh, der Netzwerk-Verkehr ausgehend und natürlich eingehen, RAM in Prozent, in Megabyte, Swap genauso, ähm, und so weiter und so fort. Ja, ich kann quasi alles machen, okay? Also ich kann sogar sagen, neuer offener Port kann mir einen Sicherheitsalarm geben. Aber in unserem Fall, wie gesagt, wir wollen die Netzwerk-Traffic haben. Das heißt, wir sagen hier durchschnittlich über 5 Millionen Minuten gerechnet, soll bitte der Netzwerk-Traffic niemals mehr sein als 100 Kilobyte pro Sekunde, der reinkommt. Das ist natürlich lächerlich wenig, damit ich euch was zeigen kann, ja? Aber nehmen wir einfach mal an, ihr habt hier einen Server und der Server hat irgendwo seine Peaks, die kann man sich ja angucken, auch über die letzten 24 Stunden, beziehungsweise 48 Stunden. Und wir können dann natürlich einstellen, okay, das ist quasi unsere obere Schmerzgrenze, ab da sollte mal jemand drauf gucken. Das ist quasi der Wert, wo dann immer jemand drauf gucken sollte. Und ich nenne es jetzt bei mir einfach nur Netzwerk wird benutzt, ja? Das heißt, ähm, es ist natürlich eigentlich kein Alarmwert, ähm, aber ich möchte euch was zeigen können. So, und jetzt können wir hier einfach auf entweder Alarm hinzufügen gehen, dann macht ihr hier auf dieser Seite genauso weiter, oder ihr geht auf hinzufügen und bearbeiten, das will ich jetzt mal ganz kurz machen. Und dann sehen wir hier, bam, ich kann diesen Alarm hier natürlich noch customisen. Ähm, das heißt, das ist erstmal das Normale, aber ich kann hier natürlich immer noch festlegen, wer benachrichtigt werden soll. In dem Fall bin ich das und ich kann sogar aber per SMS, per Slack, per Mattermost oder per Microsoft Teams benachrichtigt werden. Das, ähm, kann man natürlich pro Alarm einstellen, wenn es natürlich besonders schlimme Sachen sind, dann kann man auch mal eine Benachrichtigung per SMS oder Slack oder sowas einstellen. Aber wenn ihr natürlich auch zum Beispiel Slack oder Microsoft Teams zur Teamarbeit benutzt, dann kann man das natürlich dementsprechend auch machen. Und hier kommt natürlich jetzt die Updatefähigkeit von EngineSide zum Tragen. Das heißt, es kann sein, je nachdem wann ihr diese Serie hier seht, dann gibt es hier schon sehr, sehr, sehr viele mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt zum Beispiel über, I don't know, Discord oder Telegram oder, ja, WhatsApp, Signal, Matrix, keine Ahnung, was ihr eben halt benutzt. Also da kann man natürlich sich denken, dass da noch welche in Entwicklung sind. Sollte klar sein. Okay, machen wir aber mal weiter und gehen hier auf die Automatisierung. Wir können hier nämlich auch das Ganze mit Webhooks machen. Und die will ich euch dieses Video oder mit Plugins bespielen und die möchte ich euch dieses Video tatsächlich noch nicht vorstellen. Das machen wir wann anders. Jetzt wollen wir allerdings noch ganz kurz hier die weiteren Einstellungen angucken. Und hier sehen wir bei der Alarmkategorie kann ich mich hier wirklich auf verschiedene Kategorien geben. Das heißt, ich kann sagen, okay, ist einfach nur eine Info und das ist ja in unserem Fall eher wahr. Ich kann aber auch eine Warnung oder einen kritischen Zustand aussprechen, wenn ich das möchte. Und ich kann benachrichtigen, wenn dieser Alarm eben gelöst wurde. Das heißt, wenn zum Beispiel nicht mehr so schlimme Netzwerkauslastungen wie 100 KB pro Sekunde sind, oder ich kann es auch einfach lassen. Also das heißt, ich kriege jetzt hier in dem Fall nur eine Benachrichtigung, wenn wirklich mal diese Schwelle überstanden wurde oder quasi ankommt, also mehr als 100 KB pro Sekunde. Und ich kann aber hier auch das Ganze anmachen, dass ich benachrichtigt werde, wenn es nicht mehr so ist. So, und hier kann ich natürlich sagen, ob der Alarm aktiv sein soll oder ob ich überhaupt jemanden informieren möchte. Okay, wunderbar. Das heißt, ich lege jetzt natürlich hier mal meinen Alarm an und wir sehen hier schon direkt, aha, das Netzwerk wird benutzt. Und das ist hier in unserem Fall nur ein Informationsalarm. Das hier oben sind Warnungsalarme. Und ich kann mir jetzt hier natürlich das Ganze so einrichten, dass das eigentlich in meiner virtuellen Maschine auch mal passiert. So, das wollen wir mal hier ganz kurz so machen. So, und was gäbe es besser, wie wenn ich meine eigenen IT-Trends auf dem Vlog-Kanal... Oh, und ich habe sogar hier Werbung. Das ist natürlich drauf. Ich bin natürlich nicht angemeldet. Das heißt natürlich kein YouTube-Premium. Das bedeutet natürlich Werbung. Aber ja, wir können das hier wunderbar einmal ganz kurz zusammen angucken beziehungsweise einfach mal warten. Und ich schneide das Ganze raus. Okay, hier die VirtualBox. Wir sehen hier tatsächlich mein Netzwerk, Netzwerk-Traffic ist tatsächlich natürlich... Ups, wo ist er? Hier ist natürlich hier tatsächlich auf 342 Kilobyte pro Sekunde eingehend. Das bedeutet, es sollte reichen, um den Alarm zu triggern. Aber eben, wir müssen das Ganze über einen Durchschnitt von 5 Minuten eigentlich mal laufen lassen, damit das überhaupt passieren kann. Ja, und 5 Minuten später bekomme ich diese wunderschöne E-Mail her. Und zwar einmal hier die Referenz Morpheus VirtualBox Host hat folgenden Wert überschritten. Nämlich einmal um 5 zu 28. Das ist jetzt gerade vor 5 Minuten gewesen. Und zwar am 10.03. Das ist das Aufnahmedatum. Und zwar, welche Metrik wurde überschritten? Naja, eben genau die Metrik Kilobytes Received Per Second überschreitet den Grenzwert 100. Und der gemessene Wert ist bei 183. Das liegt übrigens nur daran, dass ich nicht in 4K eingestellt habe bei der virtuellen Maschine. Sondern das hier tatsächlich, was nur 720p drin war. Ansonsten wäre es doch deutlich mehr. Genau. Und ja, das ist jetzt ein Issue. Das bleibt auch so lange ein Issue, bis ich das jetzt wieder kläre. Und natürlich sehen wir das Ganze nicht nur per E-Mail, sondern wir sehen das Ganze natürlich hier auch unter den Issues. Wir sehen hier, Netzwerk wird benutzt. Bitte mach mal weg hier. Und wir sehen auch hier, wer der fachliche Verantwortliche ist und wer der technische Verantwortliche ist. In beiden Fällen bin ich das. Das heißt, ich darf mich jetzt um diesen wunderschönen Issue hier kümmern und darf mir jetzt sagen, okay, was genau ist das jetzt eigentlich für ein Issue? Wir können den jetzt hier erstmal bestätigen. Dementsprechend wird das auch wirklich bestätigt und es ist offensichtlich ein Issue. Und wir können hier tatsächlich wieder sagen, okay, ja, was genau machen wir jetzt mit diesem Issue? Das ist jetzt tatsächlich etwas, was euch eigentlich überbleibt. Das heißt, ihr klickt natürlich hier drauf und dann werdet ihr hier zu diesem Alarm weitergeleitet und hier bekommt ihr nochmal die detaillierten Informationen, was genau das eigentlich für ein Issue eigentlich ist, der da gerade besteht. Und den zu reparieren, das bleibt erstmal bei euch. Das heißt, ich wechsle jetzt natürlich hier auf meine virtuelle Maschine. Und ich muss natürlich hier in dem Fall den Browser schließen, damit die Netzwerkauslastung wegfällt. Aber in anderen Fällen weiß ich eben, okay, es muss irgendwas getan werden. Irgendwas stimmt hier nicht mehr so, wie es sein soll. Und dann ist der Issue dann auch wirklich geklärt. Sollte klar sein, wir finden das Ganze wieder unter den Metriken, können hier überprüfen, wie ist eigentlich der aktuelle Wert gerade. Und ja, wenn der in Ordnung ist, das heißt, wir gucken hier einfach mal rein, wenn der wieder in Ordnung ist, dann müssen wir hier nichts machen. Aber im Normalfall eben muss man darauf reagieren und deswegen kann man das hier auch eben so tun. So, und eine Sache möchte ich euch jetzt noch zeigen und zwar, welche Alarme solltet ihr hier denn ungefähr haben? Denn das ist ja das, was ihr hier seid, also quasi Empfehlungen von mir, was wir so brauchen. Und hier wollen wir uns mal ganz kurz die Hosts und die Endpunkte angucken und starten einfach mal mit den Endpunkten. Was wäre denn da sinnvoll? Nun, wir nehmen jetzt einfach mal als Referenz meine Domain, also http themorthos.de. So, und dann sollten wir hier eigentlich einige sinnvolle Dinge eintragen. Und zwar, was macht denn am meisten Sinn bei einer Website? Nun ja, man möchte, dass eine Website erreichbar ist. Das heißt, wann möchte ich auf jeden Fall bitte eine Panikbenachrichtigung bekommen? Naja, wenn meine Website nicht erreichbar ist. Sollte klar sein. Das ist so das, was man als allererstes überprüfen möchte. Also, wenn die Website nicht erreichbar ist, muss sofort jemand her und das Ganze fixen. Aber auch, das ist jetzt zum Beispiel eine Art, ja, eine Art Meta-Alarm, kann man fast sagen. Und zwar, wenn sich die Endpunktbewertung verschlechtert, dann möchte ich auch eigentlich eine Benachrichtigung haben. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt hier eine plötzliche Benachrichtigung reinkommt, ey, ab sofort ist TLS 1.2 zum Beispiel nicht mehr sicher. Ja, dann sinkt natürlich die Bewertung von meinem Zertifikat, weil ich natürlich immer noch TLS 1.2 akzeptiere, obwohl ich es nicht mehr akzeptieren sollte in diesem Zusammenhang dann. Und dann möchte ich natürlich auch eine Benachrichtigung haben, weil sich dann eben meine Endpunktbewertung verschlechtert. Außerdem wäre bei einem Endpunkt gerade interessant, wenn wir einen neuen offenen Port hier finden, denn nicht unbedingt machen wir die Ports alle freiwillig auf. Das heißt, sobald ein Netzwerkscanner wie eben zum Beispiel NLAP eben sagt, ey, da ist ein neuer Port offen, können wir uns darum kümmern und sagen, ja, das waren wir, dann können wir den Alarm einfach ignorieren oder wir waren das nicht und dann müssen wir uns ganz, ganz dringend um irgendwie eine Intrusion kümmern. Denn, ja, wenn ein Port aufgemacht wird, dann heißt das ein neues Einfallstor. So, und ja, dann haben wir im Endeffekt alles für die Endpunkte, also für die Webseiten, die ich jetzt hier ganz, ganz dringend empfehlen würde. Wir machen jetzt hier allerdings noch mal ganz kurz was zu unseren Hosts und zwar, was hier sinnvoll wäre und dann gucken wir uns noch eine weitere sehr, sehr hilfreiche Sache an. Und zwar, wir nehmen jetzt hier einfach mal meine Virtual Box natürlich mal wieder als Hosts. Und was wäre denn hierbei sinnvoll? Nun, neuer offener Port, das gibt es hier eigentlich nicht. Aber was vor allem natürlich logisch sinnvoll ist, ist eine neue Sicherheitslücke. Und hier kann ich sogar, wenn ich möchte, kann ich einfach sagen, okay, jedes Mal, wenn ich eine neue Sicherheitslücke habe, das wäre das, was in den kleineren Unternehmen sinnvoll ist. Bei großen Unternehmen kommen Sicherheitslücken rein, wie, ja, sehr, sehr häufig, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen macht man das meistens sogar gar nicht, sondern man sagt hier, okay, die Sicherheitslücken, die vielleicht sehr, sehr niedrige Scores haben, also auf einem CVE-Score nicht so hoch sind. Also zum Beispiel ist keine Remote Code Execution möglich oder man muss vor Ort am Server sein, damit man diese Schwachstelle irgendwie exploiten kann. Das ist schon höchst unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert am Ende. Dann sagen wir hier, okay, das ist ein Risiko, das kann man in Kauf nehmen. Das nennt sich dann Risikoanalyse. Und ja, in den meisten Fällen werden CVSS, also Sicherheitslücken mit einem CVSS-Score, der sehr niedrig ist, meist sogar ignoriert. Und das heißt, ich brauche hier eigentlich nur eine Benachrichtigung, wenn mein CVSS-Score zum Beispiel höher als 3 ist. Das bedeutet, er ist Medium. Unter 3 ist er, beziehungsweise genau genommen sogar 3,9. Also alles, was größer ist als 3,9, ist dann Medium. Alles, was unten drunter ist, ist quasi None bei 0,0 oder eben Low zwischen 0,1 und 3,9. Und ab Medium kann man ja schon mal reingucken. Also da kommt es dann eben drauf an, das machen wir aber noch separat mal. Wie schlimm, also wie schlimm kann man das eigentlich machen? Was kann man damit machen? Wer ist alles davon betroffen? Wie leicht kann man es exploiten? Also wie schwer ist es da auch irgendwie Zugriff zu bekommen? Und ja, ab 3,9 würde ich das Ganze wahrscheinlich mal untersuchen. Aber ab 9,0, wenn ihr ganz hart drauf seid, da ist es dann wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Aber ich bin ehrlich, also ab 3 würde ich da schon mal gerne drauf gucken. So, das wäre ein Alarm, den man hier durchaus mal machen könnte. Also der sinnvoll ist, durchaus sinnvoll ist. Und dann haben wir natürlich noch ein paar andere. Sowas wie zum Beispiel fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Ähm, die möchte ich zum Beispiel nicht auf meiner V-Box haben. Denn wenn sich jemand versucht anzumelden, obwohl das eigentlich nicht darf, dann wäre das ja schon nicht so das, was ich haben möchte. Das heißt, da möchte ich eigentlich auch eine Benachrichtigung haben. Ich zeige euch jetzt nur kurz, was sinnvoll für euch ist. Dann könnt ihr das relativ schnell einstellen. Und eben dann zum Beispiel der Netzwerkverkehr. Ähm, da kann man sogar einfach eingeben, verdächtiger Netzwerkverkehr. Hier habt ihr dann quasi eine Benachrichtigung für einen Denial-of-Service-Angriff zum Beispiel. Oder eben einen Brute-Force-Angriff über SSH oder sowas, was ihr dann einfach abfangen könnt. Und ja, hier könnt ihr dann einfach auswählen, welchen Grenzwert ihr haben würdet. Ich würde euch eigentlich auch wieder hier Medium empfehlen, damit ihr zumindest eine Benachrichtigung bekommt, wenn da was kommt. Low, da werden viele False-Positives dabei sein. Das bedeutet, ihr bekommt da auch eine Benachrichtigung, wenn der Netzwerkverkehr vielleicht einfach mal ausnahmsweise höher ist. Also zum Beispiel bei mir, ich als hier jemand, der YouTube-Videos macht, ja, da ist der Verkehr generell eigentlich mal größer, sag ich mal, wenn ich ein Video rausbringe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, ey, besucht meine Website, dann wird da wahrscheinlich der Traffic erstmal steigen, ohne dass ich damit vorher gerechnet habe. Das heißt, so ein System würde das dann wahrscheinlich schon als bisschen komisch erachten. Deswegen würde ich hier Medium auswählen und nicht Low. Also es kann immer so externe Faktoren haben, die da irgendwie mit reinspielen. So, jetzt machen wir aber noch eine Sache und zwar die Sachen, die ich euch hier gezeigt habe. Also verdächtiger Netzwerkverkehr, neue Sicherheitslücken und fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Ich mache jetzt hier mal die neuen Sicherheitslücken rein mit einem CWSS, der größer ist als 3. Oder SEC, wobei, sagen wir einfach CVE. Das ist ja eigentlich etwas, das wir durchaus bei jedem System brauchen. Also das ist jetzt nicht nur was, was wir bei unserer VirtualBox haben, sondern eigentlich bei jedem System, wo hier irgendwas installiert ist. Also allen Hosts im Endeffekt. Denn ich möchte ja bei allen Hosts benachrichtigt werden, wenn ich da was patchen muss. Und deswegen gibt es hier eine Lösung für die Faulen. Das heißt, man sagt hier nicht Referenz ausschließlich, die VirtualBox von mir, sondern ich kann halt einfach sagen, alle mit folgenden Tags. Und ja, jetzt muss ich hier noch ganz kurz welche auswählen, dann kann ich das auch wieder einstellen. Und zwar kann ich hier einfach sagen, ich möchte gerne alle Hosts haben. Dann sehen wir hier drüben auf der rechten Seite, okay, das bezieht meine VirtualBox, die VMD50680 und die Debian VM rein. Das wäre dann der erste Tag. Ich kann hier aber natürlich so viele Tags einbeziehen, wie ich möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, alle Linux-Server. Dann sehen wir, der Windows-Server ist nicht dabei. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, nur Server, gut, das sind jetzt in dem Fall alle drei. Ich kann aber auch hergehen und zum Beispiel Richtlinientest oder Windows oder sowas reinmachen. Und natürlich kann ich die auch kombinieren. Also ich kann hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte Linux reinhaben und ich möchte Windows reinhaben. Wäre in dem Fall jetzt alles natürlich. Und ja, dann bekomme ich im Endeffekt mehr als nur einen Alarm. Das heißt, ich bekomme im Endeffekt drei, also ich bekomme trotzdem nur einen Alarm, aber eben für alle drei Geräte, beziehungsweise so viele Geräte, wie eben diesen Tag haben. Diese Tags zu setzen, ist eigentlich eine super einfache Sache. Das heißt, wir können hier einfach über die Übersicht Host und dann gehen wir hier auf einen Host drauf. Dann sehen wir, okay, das ist mein Host hier. Und ja, jetzt kann ich hier einfach bearbeiten gehen und sehe ich hier, okay, ich kann dem Ding auch ein Alias geben, also zum Beispiel meine V-Box. Ich kann dem Ding auch eine Beschreibung geben. Und wir sehen hier, das hat schon automatisch Tags und zwar die Tags, die natürlich sinnvoll sind. Das ist ein Host, ist klar, sonst wäre es nicht unter Host aufgelistet. Das ist ein Linux, das ist auch klar, es ist immerhin Ubuntu. Und es ist ein Server, weil ich es als Server hinzugefügt habe und nicht als Client. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel noch hergehen und sagen, ein neuer Tag namens Morpheus, weil ich das Ding erstellt habe und niemand sonst aus der Showcase Gmb haben. Wenn ich jetzt hier die Änderung gespeichert habe und dann hier zurück auf meinen Alarm gehe und hier eben die Tags durchsuche, dann sehe ich hier, wenn ich den Tag Morpheus verwende, dann kriegen wir hier als Zugehörigkeit nur meine V-Box. Das heißt, ich kann sozusagen meine ganzen Objekte clustern, so wie ich das eben brauche. Und eben manche Sachen machen auf allen Geräten Sinn, manche Sachen machen halt vielleicht nicht auf allen Geräten Sinn. Und ja, das ist eigentlich schon eine hilfreiche Sache. Gut, soviel zu Alarmen. Man kann noch mehr zu Alarmen machen, wie gesagt, das machen wir dann nächstes Mal. Wunderbar, das war es eigentlich von meiner Seite schon wieder. Das ist eine kleine Einführung zu den Alarmen gewesen. Es gibt natürlich noch mehr, was ihr hier machen könnt und ja, das möchte ich euch im nächsten Video dann auch noch zeigen. Bis dann. Ciao.